Heute spielen wir Devourer, haben wir letztes schon gespielt, wir kamen weit, aber haben es leider nicht geschafft, diese Stage, die wir gespielt haben. Also heute attackieren wir uns stärker wieder da. In dem Spiel, da ist eine Frau und die rastet aus, also die muss vertrieben werden und die kann vertrieben werden, indem wir Opfergaben machen. Also irgendwie, was weiß ich, was gab es da, Ratten, Opfern oder Lämmchen. Und je mehr wir Opfern, desto behinderter wird sie, desto verrückter wird sie. Und verfolgt uns und hindert uns davon, sie zu vertreiben. Und dem müssen wir halt entkommen und ich glaube, es sind immer 10, ich weiß nicht, ob man 10 Dinge opfern muss. Ja, Alter, hast du jetzt dein Licht da gemacht, Alter, du Versager? Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Wir brauchen hier 5 Jahre um Licht, wie viel Kohlen brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja, gar gar nicht, wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das nicht hin. Aber das spielt mit, aber sauer an Zitrone. Aber Zitrone. Mönchdigi, was geht, Digger. Wo ist, äh, wo ist Vater? Danke, Red Legion. Die Stimme ist wundervoll, danke, danke, danke. Hey, hey, ganz ruhig bleiben, Freunde. Ganz ruhig bleiben, Freunde. Holt euch den Schlüssel für diese kleinen Lämpchen, Digger, damit wir sie essen können. Die droppen wir nochmal mit G, ne? Woher war das? Wo, die spielen wir mit Controller? Roman, glaube ich auch. Äh, Controller. Digger, scheiße, was da tun wir? Zu anstrengend. Feuerscheiße. Ach, scheiße, ey, wir brauchen den Schlüssel nochmal, dann machen die diese Kellertür auf. Wo waren denn? Wo war der scheiß Schlüssel? Ich glaube, keiner noch nicht gehört. Where the keys at? Where the keys at? Hey, where the fucking keys at? Wenn wir jetzt verbrennen, kommt sie direkt, ne? Hey, warte. Komm, komm, komm. Die machen jetzt die Tür auf. Nee, die machen die Tür auf. Ach, stimmt, das Spiel war ja dumm. Das war ja dumm. Nimm einer seinen Strom mit. Ah, hier ist alles gut, ich hab. So, ich geh'n aber hoch, Digi. Guck'n mal, was hier... Oh, nee, Puli, was ist passiert? Hey, was passiert, Leute? Ich kenn' doch das Spiel, warum hab' ich Angst? Ah, sie ist vor mir. So, Freunde. Ab, die geh'n mal nach, guck' mal, was ihr macht vielleicht. So, Freunde, das ist die Frau. Hallo, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so. Nein, 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 nein. Das ist die Frau, Bräude. Bräude, Bräude, guck' mal, ich kann nicht mehr reden. Hier, wir haben einen Key, Alter, zack. TV-Raum-Schlüssel. Wann zieg' nochmal, ja? Ich hab wieder ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ja, ich hab' auch Schiss einfach. Ich hab' den TV-Raum jetzt geöffnet. Das ist der Safe. Keine Info von der ganzen Tag. Oh, hier ist eine, hier ist eine Warte. Nein, er kommt zurück. Nein, er kommt zurück. Siegel? Ich hab' gehofft, ich hab' gehofft, ich hab' gehofft, ich hab' gehofft, ich hab' gehofft. Das ist aber auch, genau. Komm her, komm her. Wir essen dich. Danke sehr. Ich hab' eine, ich opfer' die jetzt. Hey, 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 hey. Ach so, ach so. Ach so. Wir werden später, aber Qual. Hey, ach, vergiss' dich nur, die Rage gleich. Ja. Sie Rage jetzt schon. Warum lachen wir? Warum sind wir so frech? Okay, sie Rage jetzt ein bisschen, Leute, guckst, sie wird ein bisschen verrückt. Sie wird verrückt. Heißt, sie wird schneller. Gerade eben ist sie so ein bisschen rumgelatscht. Jetzt ist sie ein bisschen am Chasen. Ey, wir haben noch vier Kanister hier. Ja, das ist klar. Lasst auf jeden Fall, bevor wir Mädel auffahren, schon Mädel hier haben. Ja, ja, ja. Rob, ist alles gut bei dir? Ich weiß nicht, wo sie ist, ich hör' sie aber voll laut. Vielleicht im Haus drinne? Wir sind draußen, wir sind draußen. Ja, ich bin im Haus drinne, deswegen hör' ich sie so laut, glaube ich. Halt die Fresse. Du erhältst die Schnauze. Du Versager. Du Versager. Erinnerst du sie noch, Digger? Ich weiß es nicht. Wow. Ich check. Wow. Ist sie bei euch? Ich hör' was. Mach die Scheiß-Tür auf, mach die Scheiß-Tür, mach die Scheiß-Tür auf, Digger, mach die Scheiß-Tür auf, Digger. Lass mich in Ruhe, Digger. Ich hab nichts mit diesem Jungen zu tun. Er ist die von mir, er ist die von mir. Warum hör' ich sie? Asad, hast du sie mitgebracht? Sie ist bei mir, sie ist bei mir. Oh, sieh's hier, sieh's hier. Nein, 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 nein. Ey, Digger, warte mal mit der Helligkeit, das ist Shit, Digger. Nein, was macht ihr? Was? Nein! Rob, hast du geopfert? Warum opferfst du, ohne zu sagen? Ich entspricht's auch nicht. Ich weiß nicht. Rob, er sagt auch nichts. Fick dich, Robert! War's wohl sein. Stark, aber du Arsch. Hättest du auch gemacht, dass du ekelst. Ja, das stimmt leider. Bruder, ich hab aus Reflex einen Medikid aufgehoben. Weil ich dachte, ich sterbe. Sie ist bei mir. Bist du schnell? Äh, geht, ich mach sie grad. Ich hab sie betäubt. Sie ist rot, sie ist rot! Nein, alles gut. Du hast jetzt rote Augen, Bruder. Sie hat rote Augen. Was heißt das? Das heißt, sie ist off-rage. Oh, fuck, oh, fuck. Ich weiß nicht schon. Was macht ihr denn? Er betäubt, die Digga ist auch verrückt, Digga. Ja, Alter. Wurde, gecheckt. Er ist tot. Hat er, hat er nichts? Ja, er ist tot. Geil. Ja, die Idee anders. Das Problem ist, desto mehr Ziegen wir auch fertig haben, desto in kürzeren Abständen rennt sie euch auf uns zu. Bruder, du hast... Ey, ist noch ein Kanister, ist noch ein Kanister. Okay. Okay. Aufhör, sie ist vor mir. Ey, Jungs, ist schnell. Nein, sie ist langsam, Digga. Ah! Junge. Ich hab doch gesagt, sie ist da. Warum leist du noch richtig? Ja, Bruder, ich... I'm scared. Ai, 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 du kleiner Wichser. Du kleiner, gottverdammter Wichser. Brenne, Digga, Brenne. Latum, wer hat Dings geguckt? Fire Force. Latum, du Bitch. Aber warte, wir brauchen Ziegen, Bro. Scheiß mal auf Kanister. Warum ist das einer? Ja, Bro. Ich hab ne Ziege. Diese Dinger, die ich gerade immer verbrenne, wenn die Bitch schneller wird, dann erscheinen die einfach und halten dich. Dann halten die so deinen Fuß und sowas. Rudi, nimm doch das Heu, Digi. Achso. Aus zwei Heu. Er nimmt das andere. Oder Opferfest, Digga. Eid al-Adha wird irgendwie gemacht, mein Brother. Ich hab auch eine, ich hab auch eine. Oh, dann, die werden sehr schnell killen. Nice. Mach rein, mach rein, ich komm, ich komm. Scheiße, 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 scheiße. Oh, siehst so laut, siehst so laut, siehst so laut, siehst so laut, siehst so laut. Direkt wieder Feuer, direkt wieder Feuer. Ja, mach mal schade. Nein, sie wird behindert, sie wird behindert. Ich müsste gleich... Jungs, einer wird sonst noch zu schwer haben. Der Rest wird dann weg. Ins Haus, ins Haus, ins Haus. Schnell, schnell auf! Raus, 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 weg, weg, weg. Der letzte macht die Tür zu. Kann man nicht, die kann man nicht zu machen. Die läuft euch hinterher. Scheiße, 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 hat sie nicht. Nein! Nein! Ist sie ein? Ja, 80. Oh, mein Herz. Leute, ich hab einen Kanister leider mitgenommen, so dumm wie ich bin. Oh, aha, egal, ich hab einen neuen. Wollt ihr auch mal den Bruder reviven, Diggi? Weiß er nicht. Was ist denn jetzt los? Warum denn wieder? Warum denn wieder? Ich hör sie nur an das sehen. Was für... Ach so, du. Boah, das ist ja schon ab, Bruder. Das ist ja, Bro. Ich weiß. Schon offen? Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, Bruder, komm her, komm her. Nimm das, Bruder, nimm das, nimm das. Bitte, bitte, bitte. Bitte, wo ist sie? Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich hab hier eine Ziege. Komm mit. Mach doch einfach, mach einfach. Asad, du musst sie, du musst sie entertainen. Entertainen sie. Entertainen sie bitte. Ich mach neues Feuer schon mal. Ich mach, ich, okay, okay. Okay, mach, 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 mach. Alles gut, ich betäub sie dann. Okay, ey, wir sind gut aufgestellt, Jungs. Wie ist es? Feuer brauchen wir gar nicht. Okay, also. Wir haben gar keinen Prozess. Bei 8, 9 wird sie behindert, behindert. Ja. Dann krieg sie Hörner. Komm her, du Stück Scheiße. Ich schild neben mein Medipack hier. Zurück auch mal keine Zeit, weil... War das nicht bei Dix da? Sie ist bei mir, ich bin tot. Nein! Ich hab überlebt, ich hab überlebt. Geh mal zu Asad, geh mal zu Asad, geh mal zu Asad. Lass mich doch erst Asad heilen. Ich platz, Digga. Wie, ich bin jetzt allein? Ja, Bro, eigenes Grab geschossen. Ich bin draußen. Mich heilen ist schwierig, bei mir, wie gesagt, beide Treppen sind... Ah, Robert, bist du draußen? Ich bin draußen, sie ist vor mir. Sie ist vor dir, okay, 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 okay. Ja, weil ich heilte. Sie ist ja so schnell. Hast du Medikid? Wenn du kein Medikid hast, geh zu Asad. Ja, ja. Bei mir oben ist eins, Bro, und da sind zwei Dämonen. Also, wenn sie range, ist vorbei. Oh, schon wieder eine Zieke. Hier ist schon wieder eine Zieke. Scheiße. Ich kann euch jetzt schon besprechen. Wenn ihr ein High ist, wird sie wieder range. Sie ist bei mir. Lass erst mal Asad heilen. Ich sag dir, wenn sie loswirkt. Asad, ich hab dich, ich hab dich. Ja, 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 ja. Genau jetzt wird sie wieder range. Guck. Ja, Asad, geil. Jetzt wird sie range. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Asad, wir teilen uns auf. Ja, ja. Kann nicht garantieren. Oh, Dämonen, du Hund. Wo ist meine Kamera? Wo ist es? Hey! Sie läuft behindert, du. Sie läuft jetzt ins Haus rein. Digga. Hast du tot, Asad? Ja. Nein, 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 Asad. Nein. Ach, weiche von mir. Zwei Stück. Jetzt kommen wir uns behindert. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 noch nicht. Ich kann nicht mehr mental. Ich kann das nicht mental. Ey, warte, warum ist das diesmal so schwer? Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Hat sie dich? Nein, sie rettet mich. Rettet mich? Oh, fuck, alt mich. Ich fache mich. Ich fache mich, Digga. Was ist das? Quatsch, Digga. Sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich. Heil ihn, heil ihn, Asad. Warum heilst du ihn nicht? Ich versuche es, ich versuche es. Ich habe so viele Ziegen gesehen. Ey, wir müssen uns darum kümmern. Aber ey, die hatte gar keine Hörner. Hast du Heu? Ja, ich bin sie erst mal. Hast du Heu? Lass versuchen, zwei Ziegen hintereinander. Da kann einer schnell, vorhin ist einer, stimmt ja eh. Haben wir nicht gerade sieben? Ja, ich habe auch eine jetzt. Ich habe auch eine. Okay, du hast eine. Wenn wir jetzt alle noch zwei kriegen, also wenn... Scheiße, Scheiße. Asad, geh, Asad, geh. Ich entertaine, ich entertaine. Wo ist sie, wo ist sie? Komm her. Ich mache Ziegel jetzt, ne? Ich verbrenne mich. Verbrenne. Du! Macht sich ab, die. Ah, 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 ah. Alles gut. Ah, 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 ah. Macht euer Ding, Jungs. Macht euer Dings. Nein, habe ich nicht mal Feuer. Sie nimmt mich mit nach oben. Ich bin ganz oben. Ihr könnt euer Ding machen. Da haben wir Zeit, da haben wir Zeit. Sie nimmt dich ganz nach oben mit. Ja, ja. Ich versuche, dich zu heilen. Sie... Quatsch, wir haben jetzt acht, ne? Sie ist sit on my face. Sit on my face hat sie kurz gemacht. Ja, okay. Okay, sie mutiert. Sie mutiert, glaube ich. Wo ist sie? Bei dir? Sie ist bei mir oben. Sie ist ganz oben, Jungs. Sie runter? Nein, sie wird gerade behindert. Sie wird gerade behindert. Sie wird jetzt behindert. Sie läuft... Sie ist gesprintet. Sie ist gesprintet. Okay. Ich krabbel. Ich krabbel. Ich krabbel. Ne, sie ist nicht mehr bei mir. Sie ist nicht mehr... Jetzt ist bei mir. Ich habe Angst, obwohl ich tot bin. Ich werde jetzt bestimmt noch mehr behindert. Nee, ich habe mehr gehört. Ich habe mehr gehört. Ich habe mehr gehört. Sie ist vor mir. Sie ist vor mir. Hat sie dich? Ja, ja, der hat mich. Digger ist die Possess. Das ist so behindert. Ach, sie rennt. Azad, straff dich. Azad, straffen, bitte. Mäh, ich höre mehr. Ich habe sie betäubt, Jungs. Ihr habt Zeit. Ich habe sie betäubt. Wir haben ein bisschen Zeit. Ach, das ist doch mehr, mehr. Ich höre mehr, ich höre mehr, aber ich sehe ihn nicht mehr. Oh, ich habe es, ich habe es. Komm her, komm her. Keinesse. Ja, ich bin tot. Alles gut, alles gut, alles gut. Bitte, bitte belohnt mich. Bitte belohnt mich. Sprit jetzt, ich mach Sprit. Digga, Jungs, ihre Augen, ne? Das war nicht mehr rot, Digga. Das war schlimmer. Nein! Habt ihr abzu einen? Nein! Was? Ich bin doch tot, Abdi, du darfst nicht schreien. Sie ist bei mir, da kann nichts passiert sein. Bruder, ich habe sie gesehen, ich habe irgendwas gesehen. Ey, du hast dich heilt, ich will mal los. Nein, nein, sie ist bei mir, sie ist bei mir. Ja, ey, ey. Nur noch eine Ziege. Azad, lauf, lauf, lauf. Ich hole Robert. Sie kriegt, sie kriegt Turner, sie kriegt Turner. Scheiße, 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 scheiße. Nicht zu mir, nicht zu mir. Nicht zu Robert, nicht zu Robert, Nigga. Nicht zu Robert. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Fuck jetzt. Ich gehe raus, ich f***. Ah! Ah! Sie hat Azad, sie hat Azad, sie hat Azad, sie hat Azad. Ey, bei mir ist ein Medikit. Ich habe mich umgekommen. Ich habe Medikit, wo bist du, wo bist du? Er ist Keller, er ist Keller. Ich gehe hoch. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, scheiße. Oh, wir sind nicht, wir sind zweit. Scheiße. Warte, pass auf, Abdi. Nein! Nein! Ah, nee. Lauf weg, Lauf weg, Lauf weg, Lauf weg. Lauf weg, Lauf weg. Wir trennen uns, wir trennen uns. Ja, ja, wir trennen uns. Ich gehe weg, ich gehe weg. Ah, nein, sie kommt nicht, sie kommt nicht, sie kommt nicht. Robert, ich nehme sie mit, ich nehme sie mit. Wo ist ein Medikit? Ist doch irgendwo eins hier? Ey, du brauchst noch einen Siegel. Ja, komm, los, warte. Er schreibt, du bist laut, wenn du schreist. Ja, soll ich machen oder was? Leute, ich bin genau neben einem Medipack. Also, komm schnell, solange es nicht Rage, wo bist du? Hier, hier, hier. Hamble, hamble, hamble. Ich nehme das Heu direkt, ich nehme das Heu. Egal, bei mir sind 1000 Dämonen, yo. Was geht's? Oh, 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 jung! Oh, Mann, Lauf ist tot. Ah! Junge! What the fuck? Was war das? Was war das? Ui, yo! Sie ist vor mir, ey, sie ist vor mir. Sie wird behindert, sie wird behindert. Oh, Mann! Sie läuft aber ins Haus rein. Sie ist ins Haus reingelaufen. Ah! Ah! Halt, du meinst, du hast dich! Warte, Azad. Sehr, Azad, sehr, Azad. Robert, ist irgendwo ein Medikit oder sowas? Nee, ich sehe nix bei mir. Sie rennt mit mir hoch, glaube ich. Du hast ein bisschen Zeit. Wo ist ein Medikit? Wo ist ein Medikit? Ich sag dir, wenn sie runterkommen. Sie ist noch nicht oben, oder? Das ist ein Medikit? Ich hoffe, da ist nur eins. Robert, du siehst das doch mit Durchsichtigkeit. Ja, ich sehe hier keins. Ich gucke noch extra deswegen rein. Weil wir es einfach, dass es schafft, es nicht zu bekommen. Sonst geh mal außen rum vom Haus. Ich geh außen rum. Oh, ich hab eins, ich hab eins. Okay, ich geh die Treppe hoch. Wo bist du, wo bist du? Komm, einfach außen rum hier. Mein Feuer, mein Feuer. Mein Feuer, okay. Ja, such ne Ziege, such ne Ziege. Ich höre eine. Du hörst eine? Ja, warte, warte. Ich gucke noch genauer. Gibt es noch einen Wesersaalschlüssel? Den haben wir gar nicht. Doch, ich hab den. Nein! Sie ist hier unten. Sie ist gerade im Keller rumgelaufen. Shit I'm leaving. Shit I'm leaving. Ich höre ne Ziege, aber wo ist die? Ey, bei mir ist verpackt. Ja, sie hat mich, sie hat mich. Sie ist draußen. Sie rasselt gerade raus. Taule, der ist auch schneller geworden. Sie läuft ins Haus rein. Ins Haus rein? Ich bin im Haus. Ja, ja, das ist... Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hast du medikativ? Ja, ja. Strong, komm. Aber das Ding ist, ich find kein Heu. Oh, Heu ist hier genau vor der Tür. Hier vor der Tür. Hier, hier. Hier ist eins und da ist noch eins. Weil ich bin nicht mein Medikativ. No! Sie hat mich, 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 sie hat mich. So nein. Sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich. Sucht nach einer Scheiß, nach dieser Scheißziege. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Sucht nach dieser Scheißziege. Ich versuche, mir Ziege zu suchen im Erdgeschoss. Ich hab eine Ziege gehört, aber die Tür war zu da. Ja, das ist Wiesesaal. Du hast die, glaube ich, die Schüsse. Ne, ich hab den, ich hab den, Abdi vielleicht? Sie hat Robert. Das ist mir egal. Ich hab keine Ahnung, das ist mir auch egal. Verpiss dich. Abdi, ich bin neben meinem Medikativ. Aber ich bin noch Dämon. Latt mich wieder aus. Mann, ich hasse sie. Ey, wie viele Dämonen sind hier? Scheiße, scheiße. Nein, 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 ich hab keine. Nein, wir sterben. Wir sterben. Ach, alle liegen auf dem Boden. Ich platz aus erbärmlich. Jetzt werden wir wieder devauern. Du bist schlugge. Digga, wieder von... Scheiß zwei Dämonen, Digga. Da waren auch nur... Ja, ge... Digga, das ist... Männer, erbärmlich. Erbärmlich. Das ist neu. Erbärmlich. Männer, das Kotze am Schönen. Digga, f*** sie, Digga. Wir sind schwarze Jungs, doch wir jagen buntes Geld. Ich nehm, was mir gefällt.